Hallo Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Streets und was soll ich sagen, 8 PMC-Kills mit der Spear in 5 Minuten, das fasst ziemlich gut zusammen, das ganze an der Fabrik und ich hatte auch die Quest offen, 50 PMC-Kills für den Lightkeeper, Trouble in the Big City heißt sie glaube ich und die Kills kamen da ganz gelegen, aber ja, es wollte nicht aufhören, es war ein Strom von PMCs, ich will nicht so viel vorweg nehmen, schaut's euch an, ich bin übrigens neutzutäglich live auf Twitch, Twitch.tv, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, Link unten im ersten Kommentar, lasst mal ein Follower und hier auf YouTube, würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Ich glaube in der Früh, ne? 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 Fuck. Okay, go, Ryan. Oh, it's more ammo here, eh? Rainbow, vielen Dank für den Prime am 21. Dankeschön für den Prime, willkommen zurück in den Abo für alle Tage, für 21 Monate. Wie geht's, Servus. Spear Main, ja. Dafür reicht die Ammo aber nicht. Ja, in A-Server, es ist wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht, ey. Das ist krass. Der andere hat die Clown-Maske auf, ja. Wo sind wir denn jetzt? 17. Sechster Ammo hat wir getankt hier, Frontblade. Läuft. Ey, das war für ein harter Push, da reinzugehen, ne? Erstmal Ammo leer, nach oben und ich bin ges... Beide tot. Nee, doch nicht tot. Ich dachte, ich hab den zweiten auch Headshot gegeben. Boah, er ist tot, glaub ich. Moment. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich war grad bei 17, jetzt bin ich bei 21. 20, was? Okay. 10 Kills in 10 Minuten oder was ist hier los? Noch einer. 10 Kills in 10 Minuten. 10 Kills in 10 Minuten. 10 Kills in 10 Minuten. Jo. Ist stiften gegangen. Achso. Ich hab das hier unten drin. 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 Oh, what the fuck? Danke, Zaun. Danke für nichts. Oho. War das Ding jetzt hin? Ich hab das hier unten drin. 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 Wir klauen mal die Rüstung. Oh, what? Ah, Lighter can't PvP. Okay. Alrighty. Ähm, hast du mal eine Rüstung droppen, ne? BTR kommt. Keine Ahnung, war auf jeden Fall eine gute Killrunde. Können wir hier noch ein bisschen looten. Unten ist Zeug backdroppen. Ich würde sagen, dann gehen wir raus hier. Okay. Ich muss hier raus, bevor ich in die ganzen Scaf Horten reinrenne. Und ich habe eh nicht mehr so viel Ammo. Von daher Abfahrt von Barracks. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wie viele Kills das waren. Wisst ihr es? Ich weiß auch nicht. Über fünf. Na, dann looten wir hier halt noch kurz, ne? Na, wenn wir schon da sind. Mindestens einer, ja. Von Mr. Pink. So viel looten kann ich halt nicht. Die anderen liegen da draußen und so, die kann ich nicht holen. Nein, das geht nicht. Ich habe jetzt halt nicht viel Loot, aber scheiß drauf. Ich habe eine Ersatzwaffe, ich habe ein bisschen was. Ich habe meine Kills. Ich habe eine neue Rüstung. Da reicht. So, bitte lieber BTR. Sei lieb. So, jetzt brauchen wir hier kein Scaf-Geplänkel. 35 Minuten, ey. Wir sind in der Scaf-Hölle. Jo. Wisst ihr, was ich meine? Oh shit, Kollaps-Crane. Ich habe nicht mal Craveside, okay? Na gut, geh mal Kollaps-Crane. Was soll's. Das Problem ist mit den anderen, die ich draußen gekillt habe, da ist immer noch irgendwas rumgelaufen. Das heißt, wahrscheinlich war da noch irgendwo ein Spieler gesessen, der die Leichen bewacht hat. Wenn ihr versteht. Ich habe mehr Angst vor den Scaf-Playern hier. Oh. Ich habe mehr Angst vor den Scafs und Scaf-Playern als vor den PMCs gerade. Wisst ihr warum? Ey. Nix im Lack. Oh, jetzt rennt er nach oben. Oh, jetzt rein. Oh, jetzt rein. War das ein Spieler oder ein Scaf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde es nochmal eng. War das ein Saved? Schon, ne? So oder so, Leute. War hallo YouTube, oder? Mach mal mal hallo YouTube. Das war ein Player, oder? Mal sehen, wie viele Kills es sind. Das war ein Spieler, glaube ich auch. What? Und der letzte? Ne, war ein Scaf Player. Eieieiei, was ist hier schon wieder los? Schon wieder in der 8er Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy 8 Kills mit der Spear. Keine Ahnung. Die wollten es aber auch alle wissen, ey. Die wollten es aber auch alle wissen. Holy moly. Macht mal hallo YouTube im Chat. Mal wieder eine 8er Runde. Und das für die 50 Kills auf Streets. Sag mal, machen wir jetzt noch ein paar, ne? 3 ungelootet. Ja, kannst nichts machen, ne? Und das in den ersten 8 Minuten. In den ersten, ne, in sagen wir 9 Minuten. In 9 Minuten 8 Kills. Das ist, äh, wuh. Wuh. 4 ungelootete. Keine Ahnung, wer der... Keine Ahnung. And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again